Vielen Dank, Freunde! Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Ihr könnt ruhig noch ein bisschen aufrücken, hier vorne ist noch ein bisschen Platz bei Katja. Ruhig ein bisschen von hinten drücken, das macht gar nichts. Übrigens, ich bin ein bisschen verunsichert, wir kennen ja hier fast alle den Namen. Die ganze Zeit hast du die ganze Zeit geschrieben. Hast du den Text nicht geschrieben oder Tagebuch? Jetzt will ich es wissen. Ich will es wissen. Aber die kommt nachher noch hin. Übrigens, auf einen großen Applaus, alles wunderbar vorbereitet. Luftballon-Dekoration. Wir haben sogar einen kleinen Aufstieg. Schönen Applaus. Das hat alles richtig geil gekauft. Wir haben das gesehen. Hier drüben gibt es auch Schaltplatten von uns. Das sind die großen und auch so große Schaltabspieler. Die Zollpakete waren angeroben. Viermal pro Meter ist das gewesen. Diese Platz hat viel.